Timeshift mit dem Zweckamster, mit dem Ladescreen. Bereit machen Mann, die sind schon auf dem Weg zu uns! Oh shit! Hört sich an als benutzen sie Quads! Um was zur Hölle ging es eigentlich fair nur? Ah! Habt ihr das gesehen Jungs? Weck uns weiter! Okay, das da, ja, gut, okay, das, ja, das vergessen wir, das vergessen wir besser. Bereit machen Mann, die sind schon auf dem Weg zu uns! Oh shit! Hört sich an als benutzen sie Quads! Okay, wie hat man gleich nochmal Granaten geworfen? Ich hab keine Ahnung! Bereit machen Mann, die sind schon auf dem Weg zu uns! Oh, ich hab gar keine Ahnung! Oh shit! Hört sich an als benutzen sie Quads! Äh... Mh... Muss wohl so werden. Ugh... Da ist das Strom, mich vorhanden toffen! Und... In... اAaUCH! Soldat! Fallen lasch! Ah, Gott! Oh Mann! Ei, ei, ei! Geht's dazu! Oh, shit! Aber du da oben auf deinem tollen Geschütz meinst du bist es, ja? Dann pass mal auf! Feind entdicht! Unten bleiben! Was hast du jetzt da vorn? Du glaubst, ich sieh... Feuer! Ja! Feind gefunden! Ziel gesichtet! Los! Brauche hier sofort Verstärkung! Ziel lokalisiert! Los! Was ist das jetzt? Keinen Schritt weiter! Ne, war's nicht! Hehehehe! Ey, die Sau lebt noch! Ich glaub's nicht! Boah! Nee! Alter! Ich hab' keine Ahnung, wo ich hinfahre! Hm, Quatschuh! Okay! Ein guter Startpunkt wäre der abgeschossene Zeppelin des Delta-Bataillons! Laut ihren Informationen hat der Magistrat ihn verstärkt und nutzt ihn als Basis! Okay! Wie auch immer in abgestürzten Zeppelin als verstärkte Basis herhalten kann! Instabile Oberfläche entdeckt! I don't give a fuck about instabile Oberfläche! Äh... Hehehehe! Ich komm mir hier irgendwie immer mehr wie in Half-Life vor! Nur das hier kein... Äh... Irgendwie... NG drauf geschraubt wurde oder so! Die, die... Ah Gott! NG drauf! 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 Wow! Oha! Ah! Fallen lassen! Oh! Ich brauch Verstärkung! Da sind sie ja! Dafür Granate! Ich hab ihn! Ah! Ja! Ich mag die Bisslose! Soll ich jetzt mit dem Zug fahren oder was? Hm. Hm. Okay. Warum nicht? Okay. Okay. Sorry. Das war fast keine Absicht. Oho. Oho. Oho! 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 Wo bist du? Wo bist du? Da bist du? Was ist denn das? Das ist wieder diese Shotgun, oder? Ah! Okay, ne Armbrust. Schick. Quartfahn! Sprengstoff in der Nähe entdeckt. Ah! Hm. Fisch. Fisch. Äh. Äh. Nichts gut. Nichts gut. Ist gut. Fisch. Wtf? 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 Ja, gotts willen. Da sind sie ja! Da hinten! Da hinten! Ey, jetzt geht's aber los, ey! Eieiei! Okay, was? Oh, Kinder, lass mich doch in Ruhe! Schickt Verstärkung! Fight! Okay, das war jetzt vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschlossen. Das ist mir gerade scheißig. Ja! No guns! No guns at all! Okay, ich hab ne Armbrust. Gut! Ja! Ja! Die Imba Evil Repetieren-Boost, aber ich brauch Sprengstoff. Gib mir Sprengstoff! Es gibt kein Problem, dass sich nicht mit genügend Sprengstoff aus der Welt schaffen lässt. Ja! Ja! Neu Squad! Ich mach keine benutzten Sachen! Den! Komm her! So! Aber mal ernsthaft! Und die wollen mir erzählen, die konnten mich nicht näher da dran bringen! Also... Äh... Leute! Zeitgesteuerte Bedrohung im Dicht! Dreck! Habe ich das jetzt richtig gesehen, war das jetzt auf zwei Sekunden eingestellt? So... Zwei! Ah, ihr Götter! Einfach nur mal um sich zu gehen. Ich hab eine Armbrust, die explodiert! Was hält sie davon? Und... Bitte lächeln... Hehehehe... Was? Was war das? Gib mir deinen Status! Er hat eine Armbrust! Nein! Los! Festlagen! Nein! Dr. 4! Keine Bewegung! Das funktioniert richtig gut! Das funktioniert richtig gut! A Thunderbolt heißt das Teil... Okay... Schick... Ach... Schade... Ich hatte gehofft... Ich könnte jetzt ein cooles Teil fahren... Supermörder... Imba High-Tech... Mit der Armenbrust... Verborgene Bedrohung entdeckt! Meme... Auf ner Straße... Die die... Benutzen... Oder wie seh ich das? Ups... Anscheinend... Ja... Moment... Die sind mit Autos hergekommen, oder? Die sind mit Autos hergekommen, oder? Ah... Wo ist ein Chord, wenn man eins braucht? Immer ernsthaft... Ich latsche jetzt hier... Wie lange durch die Gegend? Ich bin durch die Gegend gefahren... Ewig weit! Und die können mich nicht näher absetzen... Naja... Gut, davon habe ich gesehen, dass die ganze Aktion hier totaler... Äh... Humbug ist, aber... Kann man nicht irgendwie rennen? Ah... Hi... Hey... Was finde ich hinlose Aktion denn bis gerade? Okay... Ich kann durchs... Bitte durchschießen... Sehr schön... Ich hab ja alle Zeit bereit, deswegen... Hehehehe... Ich hab ja alle Zeit bereit, deswegen... Jun... Hey, der dummer S... Dummer Spasti! Ich seh schon. Wir bauen da etwas Direkteres. Ich würd sagen, sein Zustand ist tot. Ich hab den Kopf verloren. Ich kann mir vorstellen, dass die sich bei dem vorgestellt haben, dass sie da irgendwas Intenses machen. Mit richtig Schwierig und... ...bezäglich Richtiges Raum. Und... ...gestresst sein, weil vorne viele Leute und so weiter und so fort. Aber nicht irgendwie... ...prevent missfires, ja. ... Ja, guten Morgen. Ich mein, sowas sind natürlich Hinweisschilde, die man an einem Güterbahnhof oder ähnlichen Anlagen braucht. Okay. Das war er einfach. Loot. Mehr Loot. Mehr Loot. Warum zur Hölle sollte ich da rauf fallen? Ah, deswegen. Das war's. Das hat jetzt genau... Oh. Okay. Gut. Ich geb's zu. Das war... Ja. Ich bin ja schon weg. Und das war gerade zwingend notwendig, um weiterzukommen, ja. Okay. Wenn die das sagen. Quad fahren! Hm. Habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Quad-Schule. Nie trufe ihr Quad. Und... Wer? Doch. Wer macht sowas? Tödliche Stromfälle entdeckt. Who cares? Ich kann auf dem Wasser fahren, weil ich bin... ...tot. Nein. Bin ich nicht. Aber nur knapp. Okay. Das reicht mir. Damit kann ich leben. Heh heh. Tödödöm. Fast besorgniserregende Daten läuft Frau's Computer. Er könnte weiter sein als die frühen Berichte angaben. Beschleunigen Sie den Zeitlang. Holen Sie, wenn nötig, Hilfe. Ah. Okay. Ich habe Ihre Position. Es scheint, als hätte sich Quirin viel Mühe gegeben, dieses Gefängnis geheim zu halten. Aber wir wissen, dass der abgestürzte Zeppelin in der Nähe ist. Ihr seid auch blind, oder? Hat das noch jemand gehört? Feuer frei! Sie müssen den Bereich finden, bevor die das merken und Verstärkung rufen. Also rufen Sie mich, sobald Sie die Absturzstelle erreichen. Die sind auch blind, oder? Hm. Die kommen jetzt aber nicht alle hier vorne rum, oder? Ja. Doch. Offensichtlich, denke ich. Was zur Hölle ist passiert? Also guck, das ist schon... Bitte. Hier, Götter. Hey Leute, mal ernsthaft. Denkt mal nach. Hey. Danke. Ich meine, mal ganz ernsthaft. Wie schwierig ist die... Äh... Ist der Sprung von... Da steht ein Wagen mit offenem Heck. Jeder, der daran vorbeiläuft, fällt plötzlich tot um. Zu... Da könnte jemand hinten drin sein. Das war anscheinend sehr, sehr groß. Ah. Hey. Oh, jetzt ist was unerwartetes. Bis dahin ist da hinten einer gestorben. Ah. Schock. Ballistische Bedrohung entdeckt. Oh. Bis dahinten. Ich hab den Raketenwerfen die dummen Spastis. Ah. Ich hab Raketenwerfen die dummen Spastis. Und nein, ich latsche jetzt nicht hin, weil ich den Raketenwerf haben will, sondern weil ich da oben garantiert irgendwas wegschnipen kann. Oh ja. Oh ja. Okay, checken wir das mal. Oh, hast du. Wow. Leute mit Raketenwerfern nicht toleriert. Leute, die mit dem Scharf schützen, die werden auf mich schießen, auch nicht. Oh ja. 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 Ich komme ja hier wieder auf eine Shooting Range vor, ich brauche nicht mal meine Awesome Time Powers, was soll denn das? Hallo, wenn ihr mir schon irgendwie so diese tollen Mechaniken an die Hand gebt, dann gebt mir wenigstens auch ein Grund, sie müssen zu müssen. Oh, jetzt verlangt es aber. Oh, jetzt verlangt es aber. Ah, Auge dringend. Das sind bloß die Respawn hier ewig. So, das ändert sich auch ein bisschen die Bewaffnung, habe ich das Gefühl. Wenn sich auch sonst nichts endet. Das ist ein Geist. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ui, ok. Ziele erfüllt Erschieße 50 Idioten, die der Reihe nach einfach auf dich zugelaufen kommen Oder Es ist hier wie in einem Schießstand präsentiert Oh Mann Für was war das jetzt bitte gut, damit ich mich als Spieler gut fühle, wie toll und immer ich bin? Sorry, aber das geht in dem Spiel nicht Weniges haben so Muni dabei Okay, aber Ziel erfüllt Wir haben den Zeppelin gefunden Das Ding da Warum auch immer man der Ansicht sein sollte, dass sowas eine gute Basis-Sub gibt Aber hey Ja, ich bin im Zweckomster Man sieht sich das nächste Mal Ich bin im Zweck of's in diesem Spiel aspect ist immer noch ohne